Ausgangspunkt ist dieser Spruch. In Köln gibt es drei Arten, ein G auszusprechen. In einem Wort Fluchzeugsträher. Weil ich jetzt nicht aus der Gegend komme, hat sich das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so authentisch angehört. Auch wenn es in diesem Video jetzt gar nicht um den Dialekt geht, sind solche Variationsphänomene für SprachwissenschaftlerInnen natürlich interessant. Man würde es aber anders ausdrücken. Die Formulierung drei Arten, ein G auszusprechen, ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sprache oft von der Schriftlichkeit her gedacht wird. Dies wird teils als Written Language Bias bezeichnet, also ein Wahrnehmungsfehler, den Reinhard Vieler folgendermaßen beschreibt. Unsere Vorstellungen darüber, was Sprache ist, leiten sich primär aus dem Umgang mit und der Reflexion von geschriebener Sprache her. Und weiter, das Written Language Bias führt dabei zu einem Denken und Vergleichen aus der Perspektive der geschriebenen Sprache. Die Verhältnisse in der geschriebenen Sprache werden als der Normalfall angesehen und demgegenüber Abweichungen in der gesprochenen Sprache konstatiert. Und das betrifft auch die Linguistik selbst, die lange die tatsächlich gesprochene Sprache ja zu wenig beachtet hat. Das liegt natürlich auch an den technischen Möglichkeiten. Gesprochene Sprache muss aufwendig erhoben und transkribiert werden. Geschriebene Sprache hingegen ist unmittelbar sichtbar und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb man hier vom Buchstaben ausgeht. Aber auch wenn wir das tun, stellen wir fest, dass es im Grunde genommen auch im Standarddeutschen mehrere Möglichkeiten gibt, ein geschriebenes G auszusprechen. Durch die Auslautverhärtung schreiben wir zwar G, sprechen aber eigentlich K, Tag, nicht Tage. Dies gilt ja auch für das Wort Flugzeug. Wörter auf IG werden im Standard entweder als Ik, also auch mit K, oder aber als Ich realisiert. Lustig. In Verbindung mit N wird das G als Velara N-Laut realisiert, zum Beispiel in Schlange. Dabei wird kein G gesprochen. Wir sagen ja nicht Schlange. Hinzu kommen dann noch Fremdwortlautungen wie Garage oder Gin, in denen jeweils sowohl eine stimmlose als auch eine stimmhafte Artikulation möglich ist. Ein schönes Beispiel für Variation ist auch die Giraffe, denn im österreichischen Deutsch wird das Wort als Giraffe ausgesprochen. Man kann aber auch genau andersherum verfahren, also von den Lauten ausgehen und schauen, wie sie in der Schrift realisiert werden können. Zum Beispiel wird das Phonem T in den Wörtern Toll, Hund, Mathe, Stadt, Ethik und Matthias grafisch unterschiedlich wiedergegeben. Trotzdem können wir sagen, dass die Wiedergabe mit einfachem T die häufigste ist. Und das können wir im Prinzip für jeden Laut, für jedes Phonem im Deutschen machen, also welches Graphem korrespondiert mit welchem Phonem. Diese sogenannten GPK-Regeln legen also fest, welches Segment im Geschriebenen einem bestimmten Phonem im Normalfall entspricht. Hier sehen wir die Festlegungen, die Busch-Stenschke auf Grundlage von Peter Eisenberg gemacht haben. Das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an, das ist größtenteils sowieso gar nicht mal so spannend. Wir können aber zwei interessante Beobachtungen machen. Einige Buchstaben, wie etwa das V in Vogel, kommen hier überhaupt nicht vor. Denn es war ja vom Normalfall die Rede. Und da ist das eben das F. Und manche Grapheme bestehen aus mehreren Buchstaben. Typisches Beispiel für das Deutsche ist das SCH. Genau darin liegt der Unterschied zwischen den Begriffen Graphem und Buchstabe. Wenn wir fragen, aus wie vielen Buchstaben das Wort Schach besteht, brauchen wir natürlich einfach nur zählen. Das Wort besteht aber nur aus drei Graphemen. Und zwar deshalb, weil sich SCH und CH jeweils nur auf ein Phonem beziehen. Grapheme können also aus mehreren Buchstaben bestehen. Dies sind dann Mehrgrafen, im konkreten Fall ein Digraf und ein Trigraf. Okay, zurück zu den GPK-Regeln. Diese Zuordnungen sind Grundlage für das phonologische Prinzip, manchmal auch aus phonografisches Prinzip oder Lautprinzip bezeichnet. Das besagt vereinfacht ausgedrückt, schreibt, wie du sprichst. In der Schule lernt man natürlich zuerst diese Standardzuweisungen. Und einige Wörter kann man so bereits korrekt schreiben. Aber bei sehr vielen Wörtern, wie hier rückwärts, funktioniert das eben nicht. Hier führt die Anwendung der GPK-Regeln zu falschen Schreibungen. Gerade bei Fremdwortschreibungen entstehen natürlich viele Fehler. PH ist da ein typisches Beispiel. Bei manchen Wörtern ist ja auch die Schreibung mit F möglich und oft auch häufiger. Darauf wird hier sehr schön Bezug genommen. Meine Eltern sind so alt, die schreiben Selfie noch mit PH. Trotzdem haben wir im Deutschen noch viele PH-Schreibungen in Fremdwörtern. Interessant ist da beispielsweise der Vergleich zum Italienischen. Dort wurden sie angepasst. Das Italienische ist übrigens generell eine eher lautreue Sprache im Vergleich zum Deutschen oder auch zum Englischen. Das ist ja generell interessant. Jede Sprache hat ihre eigenen GPK-Regeln. Hier habe ich das mal fürs SCH in sechs verschiedenen Sprachen gegenübergestellt. Das heißt wie gesagt nicht, dass es nicht auch andere Zuordnungen geben kann. Gerade im Deutschen und Englischen haben wir ja auch das Einfache ist. Mit den Unterschieden kann man natürlich auch spielen. Wenn man jetzt wie hier das türkische Graphem ins Deutsche überträgt, wirkt es natürlich seltsam. Wenn man den Vorschlag aber umsetzen würde, wird man sich vermutlich irgendwann daran gewöhnen. Also jede Sprache hat ihre eigenen Graphem-Vorneben-Korrespondenzen, die man sich erst mal erarbeiten muss, wenn man sie lernt. Dabei kann es zu sogenannten Interferenzen kommen, also zur fehlerhaften Übertragung von Strukturen der Muttersprache in die Fremdsprache. Ein sehr schönes Beispiel dafür haben wir hier. Als ich diesen Zettel zum ersten Mal gesehen habe, war mir erst gar nicht klar, was das überhaupt heißen soll. Erst wenn man es ausspricht, wird es klar. A lafio. Das Kind kennt halt nur die deutschen GPK-Regeln. Da ist es fast logisch, dass es den englischen Satz danach verschriftet. Bei Erwachsenen ist es häufig andersrum. Hier bewirkt unsere Fokussierung auf die Schrift, dass wir fremdsprachliche Wörter falsch aussprechen. Ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wie Englisch-MuttersprachlerInnen ohne jegliche Deutschkenntnisse das Wort Bot vorlesen würden. Denn die Regeln unterscheiden sich hier. Das OO wird im Deutschen mit einem langen O realisiert. Im Englischen aber nicht. Hier wird es zwar nicht immer, aber häufig mit langem U ausgesprochen. Also BUT, was im Englischen ja auch etwas anderes bedeutet. Die Regel des eigenen Schriftsystems wird also fälschlicherweise auf ein anderes übertragen. Aber auch für uns Deutsche kann das natürlich ein Problem sein. Im Italienischen gibt es die Regel, dass das SCH als SK ausgesprochen wird. Zum Beispiel in Scherzo. Bei uns ist die Regel anders und dadurch lesen viele Deutsch-MuttersprachlerInnen das Wort als Scherzo. Also was war jetzt eigentlich der Sinn dieses Videos? Es ist generell wichtig, sich bewusst zu machen, wie Lautung und Schreibung miteinander zusammenhängen. Auch für die Didaktik ist es relevant, denn es hilft dabei, sich in die Probleme von LernerInnen hineinzuversetzen. Und es sollte zeigen, dass wir zwar solche Standardzuweisungen festlegen können, damit aber eigentlich gar nicht so weit kommen, denn das Deutsche ist eben keine besonders lauttreue Sprache. Es gelten also noch andere orthografischen Prinzipien, wie hier nochmal beim T-Beispiel dargestellt. Einen kurzen Überblick über diese anderen Prinzipien habe ich schon in einem der ersten Videos gegeben, die ich für den Kanal gemacht habe, dem sie hoffentlich treuer bleiben, als die Grapheme, den Phonemen.